Einen schönen guten Morgen. Wir sind wieder da. Wir wollen was vorstellen. Ja, Moment. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute wieder mit meinem besten Opa. Der einzige Opa. Wie geht's? Sehr gut. Schön. Sehr gut. Du bist wieder braun gebrannt. Siehst gut aus. Aber es war kein Urlaub. Das ist einfach zwei Tage Schwimmbad, bisschen spazieren gehen und schon sind wir braun. Wem sagst du das? Man kennt es nicht anders von uns. Wir haben natürlich mal wieder ein paar Schuhe gekauft. Da dachte ich mir, bevor es wieder so ein ganz normales Standard-Latest-Pickup-Video von mir gibt, drehen wir das Ganze heute mal ein bisschen um. Und wir machen ein beidseitiges Latest-Sneaker-Pickup-Video. Wir zeigen euch nach Abwechseln. Ja, Abwechseln. Kann man nicht alles auf einmal in die Hand nehmen. Ja, Abwechseln. Wir zeigen euch Abwechseln, welche Schuhe wir uns gekauft haben, welche Schuhe wir uns angeschafft haben. Willst du anfangen? Ich fang an mit Adidas. Adi-Matic. Der ist schön. Der ist sehr schön. Adidas Adi-Matic. Der hat schon so 90er-Jahre-Skate-Schuhe inspired. Den haben wir in Paris letztens gesehen. Da wollte ich mir den kaufen. Da gab es den schwarzen Colorway für 50 Prozent Rabatt. Die sind viel schöner. Aber viel zu schade zum Skaten. Ja, deswegen ist er auch dir. Damit du dir nicht skatest. Ach so. Wenn es nur green wäre, wäre es nicht schön. Absolut. Aber so sieht gut aus. Ja, also wirklich interessante Silhouette. Vor allem weil sie halt auch um die Toe-Box herum so wie Zähne, so Dreiecken, so Zacken. Oder Krone. Weißt du was? Bleiben wir gerade bei Adidas. Ich habe mir diesen Schuh gekauft. Den Adidas in Kollaboration mit Curve & Frost. Curve & Frost Yeti Micro Bounce. Das richtige Yeti. Ich fand den auf Anhieb super geil. Es gibt noch einen zweiten Colorway, der sehr bunt verspielt. Der hier, er ist einfach geil. Was ich nicht wusste, also erstmal, wenn ihr diesen Schuh auch haben wollt, bestellt ihn euch auf jeden Fall mindestens eine halbe Nummer größer. Ich habe mir den erst True to Size geholt. Der war mir viel zu eng an der Toe-Box. Es ist wirklich super eng. Vor allem weil er halt auch hinten sehr stark gepaddet ist. Wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert den In-Store an. Ansonsten auf jeden Fall mindestens eine halbe Nummer größer gehen. Ja, guck mal jetzt. So sieht er aus wie Hausschuhe. Und dann, wenn man umdreht, ist er Sticker. Sehr, sehr interessant. Ich habe was Schönes gekriegt vom Dior. Christian Dior. Das ist ein richtiger Schuh. Ja. Ja, das ist der B713 von Travis Scott. Also von der Dior X Cactus Jack, respektive Travis Scott Kollaboration. Die Schuhe kamen in vier Colorways und insgesamt die vier Colorways zusammen gibt es 4713 Stück. Das hier ist der braun-schwarze Colorway. Qualität sehr gut, aber viel zu braun. Ein bisschen heller sein. Echt? Ich finde den geil. Ja. Ich finde den sehr geil. Der Schuh hat mir so gut gefallen und ich war so neidig, dass Opa den bekommen hat, dass wir da mit direkt zu meinem latest Pickup noch kommen. Ihr seht, eine Dior Cactus Jack Verpackung. Kannst du dir vorstellen, was da jetzt drin sein wird? Das, was ich möchte. Der weiße Colorway oder der weiß-graue. Ich hatte den jetzt auch schon an. Ja. Ist sehr bequem. Das hier ist eine 41. Ich trage in meinen Sneakern regulär eine 42. Also gehe bei Designerschuhen eigentlich immer eine ganze Größe runter. Und der passt mir sehr gut. Also man könnte eine halbe Größe runtergehen. Es wird auch schon lang, wenn ihr eure Schuhe locker mögt. Ansonsten bin ich halt hier eine ganze runter. Siehst du, die Farbe ist gefallen mir besser. Ja? Ja. Was meint ihr, Freunde? Ich finde tatsächlich beide auf ihre Art und Weise cool. Also der hier halt eher für eine, für die dunklere Jahreszeit. Wobei, die sind beide geil. Der wird lange in einer Sammlung bleiben. In Opa's natürlich auch. Wir waren damals bei der, also bei dieser Kollektion, als sie vorgestellt wurde, die Summer 22 Kollektion in Paris bei der Fashion Show. Das war unsere erste gemeinsame Dior Show und deswegen nochmal so ein bisschen ein teures Andenken an die schöne damalige Zeit. Das war schön in Paris. Das ist immer schön in Paris. Ja. Was hast du da? Misschief. Das sieht schön aus. Ja. Neue Misschief Kollaboration mit Jimmy Fallon. Misschief sollte euch, oder wird euch wahrscheinlich ein Begriff sein, die guten haben den Wavy Baby Sneaker gemacht. Tiger Kollaboration. Dann kam jetzt vor kurzem der Air Force One abklatscht, dieser Melted Air Force One. Und jetzt der nächste Misschief Sneaker ist der mit Jimmy Fallon zusammen, mit dem amerikanischen TV-Host. Das Besondere bei denen ist, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ob du das gesehen hast auf Instagram. Ihr habt vier Lagen bei der Sohle, ihr habt vier Lagen beim Obermaterial. Also Gobstomper heißt der Schuh. Und ihr seht hier Jimmy Fallon, der fällt. Haha! Hier seht ihr die drei verschiedenen Stufen dieses Schuhs. Also ihr habt den originalen, quasi so wie er jetzt ist, umgetragen. Und dann, je mehr dieser Schuh getragen, abgenutzt, zerstört wird, desto mehr Farben kommen dann eben zum Vorschein. Das Ganze sieht dann eben so aus, dass ihr den nackten, neuen, unbenutzten Schuh habt. Und so nachdem ihr ihn... Aber das kann Jahre dauern. Das wird nicht mal Jahre dauern. Da musst du wirklich... Ich weiß nicht, wo du dagegen laufen musst, damit er so aussieht. Ja, mit Absicht. Sehr geil. New Balance in letzter Zeit ja wieder sehr weit oben mit dabei. Und wir haben hier einen New Balance Amongst Us. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, welche Kollaboration das ist. Blende ich euch natürlich ein. Diesen Schuh habe ich vor kurzem bekommen. Und das ist ein New Balance 2002. Eine Silhouette, die ich die ganze Zeit schon mal haben wollte, die dann auf einmal vor der Tür lag. Das ist gut. Richtig gelungen. Der Schuh ist weiß, creme, gelblich, mit gelben Details. Also die Materialauswahl ist sehr besonders. Wir haben dieses Ripstop ähnliche Material. Wir haben Wildleder, Glattleder. Wirklich gelungen. Ja, wirklich. Der hat auch was für dich, oder? Hätte ich nicht dagegen. Boah. Ah. 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 Nur blau. Versace. Ein, äh, wie heißt der? Versace Odysseer Sneaker. Wir haben hier vorne den Medusa-Head. Überall Versace-Branding natürlich. Ich finde den irgendwie lustig. Ich finde den nicht. Ja, ja. Aber auch hier wieder, weißt du, auf eine weite Hose, die den Schuh fast komplett abdeckt. Und dann, weißt du, läufst du oder setzt dich hin und der Schuh kommt zum Vorschein. Das ist schon geil. Und er erinnert mich ein bisschen an die Adidas Jeremy Scott Serie von damals. Mit den Wings, also diese Flügelschuhe, die was aufgesetzt haben. Ein bisschen erinnert er mich dran, weil das halt einfach so superfett ist, superoversized. Einfach alles zu viel. Versace ist ja immer over the top. Ja. Versace ist ja immer zu viel. Das, das macht, das macht ja dann fast schon wieder cool. Also so, 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 so trashig cool. Aber schade, dass er nur blau ist. Egal wo man hinguckt, ist blau. Ja. Magst du blau nicht? Mh, nicht so. Ne. Aber interessant. Wie du sagst, sehr interessant. Ich war letztens auf eBay Kleinanzeigen. Wir hatten es ja gerade von Jeremy Scott, dass mich die Schuhe so ein bisschen daran erinnern. Und die Jeremy Scott Adidas Phase war ja schon, war ja schon sehr besonders. Sehr, sehr cool. Ich meine, das ist auch super over the top. Aber irgendwie, es ist ikonisch fast schon. Und ihr kennt mich ja vielleicht. Ne. Ich bin ein großer Freund von Cowboy Stiefeln. Generell Western Style. Ne. Hier. Geht immer. Ist geil. Ja. Mhm. So. Und dann habe ich diesen Schuh auf eBay Kleinanzeigen gesehen. Ich habe den nach vorne noch nie gesehen. Und dann dachte ich mir, ach komm, was soll der Geiz? Ja, warte mal jetzt. Die Kleinanzeige, das sind immer gebrauchte Sachen, oder? Ja, der ist auch gebraucht. Deswegen gibt es dazu keine Box. Ja. Aha. Sonst würde ich jetzt so ganz spannend machen, was es ist. Wir haben hier den Adidas Jeremy Scott Cowboy Stiefel Sneaker. Ha? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Richtige Adidas. Ne. Wir haben hier unten einen Sneaker. Ganz normal Adidas. Schön schwarz-weiß hinten. Wie so eine, ja gut, Nike Air Unit kann es ja nicht sein. Das ist ja Adidas. Und dann haben wir aber hier oben den Schaft, beziehungsweise diese Cowboy Stiefel. Oma hat mich schon gefragt, ob man das abnehmen könne. Einfach Adidas Schuhe, ne? So. Aber das wird ja den Sinn dieses einzigartigen Designs zerstören. Das ist die perfekte Mischung aus Western und moderner Welt. Wineto mit Adidas. Das ist so geil. Ja. Das ist so geil. Du kommst einfach irgendwo hin, hast eine weite Hose drüber, siehst nicht, dass das ein Cowboy Stiefel ist. Und dann ist auch. Ja, ja, ja. Sie setzt sich hin, schlägst die Beine übereinander. Und Zigarre in den Mund. Zigarre hier, wie heißt es? Zahnstocher im Mund. Und dann sieht man das hier. Wie geil. Wie geil muss man sich fühlen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich fand den so geil. Aber nicht jetzt im Sommer, ne? Ja, jetzt im Sommer auf eine kurze Hose. Ja, ja. Wie findest du? Würdest du tragen? Ja, mit langen Hosen. Wie du gesagt hast, dann sieht man das oben nicht. Lasst uns gerne wissen, was ihr euch in letzter Zeit für die Füße gekauft habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Ciao.